Die Autobahn E40 in Belgien am 13. August. Von links kreuzt gleich ein blauer Kleinwagen alle Spuren in Richtung Ausfahrt. Ein verhängnisvolles Manöver. Das schockierende Video, aufgenommen von der Dashcam des LKWs, wurde erst jetzt auf Facebook veröffentlicht. Wie durch ein Wunder hat die Fahrerin des Kleinwagens überlebt. Die 25-Jährige habe extrem viel Glück gehabt, wie sie selbst in einem Zeitungsinterview sagte. Dennoch steht ihr nach einem doppelten Genickbruch noch eine lange Reha bevor. Nun die Bilder ihres Unfalls im Internet zu sehen, sei für die junge Frau sehr emotional gewesen.